Kim Virginia hat die Schnauze voll und nach langer Überlegung hat sie jetzt folgenden Entschluss gefasst. Sie wird Deutschland verlassen und auswandern. Gerade erst hat Kim ihre Wohnung vollständig möbliert. Da kam ihr plötzlich der Sinneswandel, dass sie doch viel lieber woanders glücklich sein möchte. Dieser Gedanke kam ihr völlig spontan, weshalb sie in die ganze Sache noch keine Planung gesteckt hat. Dennoch will sie es nun durchziehen, egal was sie erwartet. Viele Fans vermuten, dass sie nach Dubai ziehen wird, wie viele andere deutsche Influencer auch. Doch Kim macht es spannend und will es erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Ebenso heißt das dann, dass es keine Beziehung zwischen ihr und 24Tim geben wird, auch wenn sie sich erst kürzlich wieder angenähert haben. Vielleicht gehen sie aber auch eine Fernbeziehung ein, sofern das für beide in Frage kommt. Doch eins steht fest. Sie muss sich fürs Erste um eine neue Wohnung kümmern und neue Freunde und einen neuen Job finden. Und das wird einige Zeit kosten. Was glaubt ihr? Wohin könnte die Reise gehen? Denn heute werde ich mich offiziell von Deutschland verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.